Die Arbeitgeber zetern, der Untergang droht, der Export bricht ein, die Politik muss handeln. Doch Rettung naht. Das Tarifeinheitsgesetz. Chaos? Untergang? Das glauben Sie? Also bitte wirklich! Lassen Sie sich nicht für dumm verkaufen. Wussten Sie, dass der Zwang zur Tarifeinheit mit unserem Grundrecht der Koalitionsfreiheit gar nicht vereinbar ist? Warum? Das Grundgesetz garantiert allen Arbeitnehmern die freie Wahl der Gewerkschaft. Der gesetzliche Zwang zur Tarifeinheit bedeutet aber, nur noch der Tarifvertrag der Mitglieder stärksten Gewerkschaft im Betrieb kommt zur Anwendung. Kleinere Gewerkschaften müssen sich dem Tarifvertrag unterwerfen, den die Mehrheitsgewerkschaft abgeschlossen hat. Sie werden faktisch ihrer Tariffähigkeit beraubt und damit mundtot gemacht. Dabei sind die Verhältnisse gut geregelt. Es gibt Tarifverträge, die sich an alle Beschäftigten richten und spezielle Tarifverträge für einzelne Berufsgruppen. Der Marburger Bund verhandelt zum Beispiel maßgeschneiderte Tarifverträge für angestellte Ärzte, um deren Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern zu verbessern. Gehen Sie also nicht freiwillig in den Tarifknast. Wehren Sie sich! Kämpfen Sie mit uns für Freiheit statt Tarifdiktatur! Weitere Infos finden Sie unter www.freie-gewerkschaften.de Psst! Übrigens, wussten Sie, dass Deutschland im internationalen Vergleich auf einem der hintersten Plätze liegt, was die Streikhäufigkeit betrifft? Das nur noch so nebenbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal.